Die 5 besten Bluetooth-Lautsprecher im Vergleich Ich habe mir vor kurzem die JBL Go 3 kleine Bluetooth-Box in schwarz gekauft und bin sehr zufrieden. Der Lautsprecher ist sehr klein und leicht, sodass er einfach überall hin mitgenommen werden kann. Die Verbindung zu meinem Handy war schnell und einfach herzustellen und die Klangqualität ist überraschend gut. Der Akku hält auch sehr lange, ich konnte mehrere Stunden Musik hören, bevor ich ihn wieder aufladen musste. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann die JBL Go 3 kleine Bluetooth-Box in schwarz jedem empfehlen. Ich bin begeistert von dem EVA Reisetragen Case EVA A106 Pro Bluetooth-Lautsprecher. Es ist wasserdicht, tragbar und kabellos und der starke Bass mit Bass-Radiatoren ist einfach unglaublich. Der Lautsprecher hat eine beeindruckende 12-Stunden-Wiedergabe-Zeit, was ihn zu einem idealen Begleiter für Outdoor-Aktivitäten macht. Der Lautsprecher ist auch sehr einfach zu bedienen und die Verbindung ist schnell und zuverlässig. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann ihn wirklich jedem empfehlen. Der Ortisan Bluetooth-Lautsprecher mit Licht ist ein großartiges Produkt. Der kabellose Lautsprecher ist IPX7 wasserdicht und hat duale Basstreiber, was einen erstaunlichen Klang erzeugt. Der 30-Stunden-Akku ist sehr praktisch und ermöglicht es mir, den Lautsprecher überall hin mitzunehmen. Ich finde auch die Freisprechfunktion für das Telefon sehr nützlich. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt und kann es jedem empfehlen, der nach einem tragbaren Bluetooth-Lautsprecher sucht. Ich habe mir den HeySong Bluetooth-Lautsprecher mit Licht gekauft und bin begeistert. Er ist IPX7 wasserdicht, hat einen 360-Grad-Stereo-Sound und einen satten Bass. Der Akku hält 40 Stunden, was sehr praktisch ist. Der Lautsprecher hat auch eine TF-Karte, sodass man Musik abspielen kann. Ich benutze ihn sowohl zu Hause als auch draußen und im Garten. Er ist sehr kompakt und leicht, was ihn zu einem perfekten Begleiter macht. Ich kann diesen Lautsprecher nur empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Sony SRS-XB13 Bluetooth-Lautsprecher. Er ist kompakt, robust und wasserabweisend, was ihn zu einem perfekten Begleiter für unterwegs macht. Der Extra Bass liefert einen kraftvollen Klang, der meine Musik zum Leben erweckt. Der Akku hält auch bei längerem Gebrauch lange und ich kann ihn bis zu 16 Stunden genießen. Es ist ein sehr guter Kauf gewesen und ich empfehle ihn jedem, der nach einem tragbaren Lautsprecher sucht. Wir sehen uns im nächsten Video.